Outfits. Okay, komm, ich mach schnell Outfits, weil das geht eh schnell. Mit Verbesserungstipps sogar. Du bist nicht sein Baby, bro. Du bist nicht diese sein Baby, so. So mit diesen Chroma und Balenciaga, bro. Du hast nicht im Lotto gewonnen, so. Toll, ich eh, so. Verbesserungstipp. Nicht mal so Beine spreizen, so. Warte, die Musik ist mir zu nervig gerade. Warte, ich muss die switchen. Verbesserungstipps, Digger. Ein bisschen weniger, so diese Cap-Ass-Marken tragen. Ein bisschen, ey, so. Weißt du so, was du dir auch erfordest? Ich dachte, du meinst so Leben, nicht nur ficken, bro. Nix, etwa nimmst du Chaz so krass ernst, dass dich juckt, was die im Kopf haben. Taichi. Du bist nicht Oji-Easy, aber Hose ist trotzdem fresh. Schuhe vielleicht eine neue Air Force holen, sonst ist cool. Arsch, bro, das ist keine AliExpress X-Cromas, bro, bitte. Was ist das für Schuhe, sind das Dior's, bro, bitte. Kannst du mal so ein bisschen eigener sein? Na, das ist Arsch, Digger. Das ist okay, das könnte auch Nizi tragen. Cam Klein. Wie Cam Klein? Das ist der schlimmste Fett, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Hose, Fettet Arsch, Digger, die ist gefühlt drei Viertelhose. Schuhe, dreckig. Jack ist okay, aber ich mag mehr, wenn so Kapuze dran ist noch, so. Und dieser Hoodie kann so, Loki in die Tonne kloppen, so. Der ist so weirded out, der ist so, weißt du, so diese, diese Schei, der ist so. Das ist ein sessi Arsch, bro. Sie ist mal ein bisschen so normaler, so Teichie. Entspann dich mal. Da steht nicht so dieser, 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 dieser Bill Gates vor dir, Loki. Bro. Das hat Cardi getragen vor vier Jahren, die tragen das jetzt, bro. Bitte, du bist nicht Cardi, bro, bitte. Cardi mit TNs, das ist so schlimm. Bro, mach Ommö, noch acht Subs. Wir haben eh gleich wieder auf Tinder, ich gucke mir noch schnell diese Fits an. Und du bist kein Scammer, bro, bitte. Und du bist kein Scammer und diese Sachen finden an dir nicht krass. Und du bist auch kein, äh, Dirk. Das fresh ist fit. Das Arschpose, Dicke. Das ist nicht Ruga, Chat. Was ist das, Dicke, tot, Dicke, tot. Das ist nicht Ruga auch. Ach, das ist für ein Fit, Bro, ist okay, aber die Sachen finden halt Arsch an dir. Such dir mal Sachen, die gut an dir finden. Loki, dope. Okay, das ist ein bisschen susz sogar, dass man so seine Hose mit irgendeiner essbarer Sache vergleicht, weil dann Loki sagst du so, dass du seinen Dx-Loki so enjoyen willst. Was ist das, Dicke? 1107, ist das Nizzy-Merch oder so? Bro, das sieht auf jeden Fall nicht so krass aus. Irgendwie diese Hose sieht aus, so, weißt du, was ich meine? Die sieht so aus, als ob die so zerrissen wurde und so, ne, die kommt nicht, die kommt nicht. Stiller, calm, fit, so zu Hause. Nizzy-Merch ist crazy. Man sieht hier nichts. Bro, ich hab verstanden, Bro, ich hab verstanden. W fit, aber das fitet auch nicht gut an dir, Bro, du hast das von deinem Opa genommen, von deinem Vater, Bro, das ist jetzt drei Nummern zu groß oder so. Der W cut. W fit, das ist ein guter Fit. Und er hat diese fresh Nerv aus, die ich feier, Dicke. Das ist Loki in Düsseldorf gemacht, dieses Pick. Das ist bei Hyatt Regency. Oder wie das heißt. Ähm, ja, diese Trap-Side kannst Loki wegwerfen. Dieses Shirt ist nicht real, Bro. Du hast nicht 800 bezahlt für diese Gallery-Shirt in Kackfarbe, Bro. Du kannst uns hier nicht so verarschen. Purple Jeans. Bro, das ist der erste Mensch, der eine Purple Jeans so wack aussehen lässt. Bro, zieh die mal ein bisschen tiefer an, so, weißt du? Zieh die mal Loki so bis hier an. Purple Jeans? Bro, seit wann sehe die Purple Jeans so aus? Ich bitte dich. Aber sonst wird das clean. Warum überspringst du mich? Wo? Das? Ich hab gesagt, keine Ahnung, Bro, man sieht keinen Fit. W Fit. Das ist auch top. Aber, Dicke, diese K-Gohose ist Arsch. Ich dachte, das ist ein Anzug-Gohose. Nee, Arsch, Dicke, Arsch, Fit. Wegwerfen. Warum sieht der Typ so Mexikanisch aus? Aber W? Arsch, du bist kein Crib. Arsch, okay. Das ist Drip-Chat. Das versteht ihr nicht, ne? Aber das ist halt diese Popular Loaner, der so zeigt, so, dass er P ist und gleichzeitig zeigt, dass er Playstation zeugt, weißt du? Arsch, Fit, Bro, du bist kein Emo auf der Tankstelle, auf der Baustelle, Bro, du bist nicht hin. Arsch, Dicke, wer trägt Essex, bitte? Und Hose, bitte einmal in deiner richtigen Größe suchen. Arsch, Fit, Bro. Kennt ihr den? Ich habe vergessen, wie der heißt, irgendwas mit Zwerg oder so. Nein, Midget Man, Midget Man. Harte. Harte. Chat, wie kann ein Midget mehr Drip machen? Das ist ein bisschen so beschämend. Money, Money. Fertig, Teigmischung. Dankeschön für deine S... Bro, noch sieben Subs. Endlich. Endlich. Noch sieben Subs. Weißt du so? Money, 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 Money. Sieben Subs, dann hoppen wir auch noch. Iiii. Arsch. Arsch, Bro, du bist nicht Cardi. Du hast keine Rolli-Handle, Bro? Nee, Bro, fühle ich nicht. Ey, an die Leute, die auf TikTok hängen geblieben sind, geht auf Twitch. Wir sind gerade live mit 150 Leuten. Wir gucken uns Outfits an und sind auf Tinder. Und dann später gehen wir auf Ome, wenn wir genug Subs haben. Ey, 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 ey. Noch sechs Subs. Stark. Noch sechs Subs, Chat. Warum redest du so gut wie Prinz? Ich hab so Spaß. Weißt du, das ist so ein bisschen diese Playful. Soll ich mal ein bisschen ernster reden? So auf Ernst? Wollt ihr so, dass ich ein bisschen ernster rede? Ich kann auch ernster reden. Eins im Chat, wenn ich ein bisschen ernster reden soll. Zwei, wenn ich so weitermachen soll. Also eins ist ernster, zwei ist... Äh, nicht ernst. Bro, Nick, hör auf! Digga, Nick ist so ein... Digga. Egal, ich rede jetzt ein bisschen ernster, Digga, weil Nick mich jetzt getriggert hat. Okay, okay, ich war jetzt wieder unernst. Ist das Pasha, Nimm? Ist das Pasha, Nimm? Nein, ist nicht, oder? Warum sieht der so krass aus wie Pasha, Nimm? Bro, warum sieht der so aus wie Pasha, Nimm? Das ist ja verrückt, Digga. Und sein Song, Snippet, ist Loki härter als meine ganze... So Discography auf Spotify. Denn, ähm, wenn du gehst, denk an mich, wenn du bleibst, ja, 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 ja Denk an mich, wenn du lasst, denk an mich, wenn du weißt, ja, 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 ja Denk an mich, wenn du gehst, denk an mich, wenn du bleibst, ja, 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 ja Denk an mich, wenn du blockst, ja ja, ja, ja Warum ist der so hart... Bro, ist bestimmt nicht... Bro, ist bestimmt nicht Pasha, Nimm. Ey, an jeden hier, der hier low-key in den TikTok live ist... Okay, ich werde wieder ohne Serious. An jemanden, der auf TikTok live ist, hoppt in Twitch live, weil, was chillt ihr da? Seid ihr komisch? So. Bro, können wir bitte diese Balenciaga, ähm, wie heißen die? Triple S, so in, in den so, in den, in den 1800er Jahre zurücklassen, so, weißt du? Man braucht die nicht zurückbringen. Diese Hose füttert so Arsch. Jörg ist okay. Aber diese Pose ist auch so unangenehm, ne? So, du bist nicht eingefroren oder so. Was mit ihm? Ist okay. Was ist dein Lieblingsessen? Steak. You need no. Ey, Chat, guck mal, das ist so dieser Pluspunkt, wenn man Bachelor ist. Man kann einfach auf Spotify gehen, Bachelor Baby Playlist eingeben. Und dann hat schon irgendjemand auf diesem Planeten Playlists gemacht mit Songs, die du hörst, weißt du? Und dann brauchst du gar nicht so Songs zu suchen. Und dann klickst du einfach drauf und dann so, weißt du, das ist so krass, wenn du ich bist, weißt du? Hier gehört Nerva, so. Ich bin wieder unseriös, perfekt. Ähm, noch sechs Subs, noch sechs Subs. Ich bin Loki am Hustlen. Loki Turbo, sein ist W. Yes, Sir. No problem, hab ich gern gemacht. W, Bro. Warte, ich geb mal Turbo, ein VIP, weil der ist so aktiv, so. Turbo, Terps. Und 22 Mafia auch. VIP, 22 Mafia. Fuck, ich hab falsch geschrieben. Iiiiih, warte, 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 warte. Ich hab den falschen 22 Mafia. VIP kann man nur mit, wenn man aktiv ist, gewinnen. Das ist ein freshes Fit. Hose ist jetzt nicht so krass, aber das ist ein freshes Fit. Vielleicht hohe, vielleicht T-Shirt ein bisschen kleiner, aber sonst ist es fresh. Ich find das auch fresh, wie das fittet. Das ist nicht Ruger, Bro. Du kannst dir entweder Mod geben oder VIP einzeln. Ich hab euch den Mod weggenommen. Tod, Digga. Okay, Digga, ich bin so lost. Slash Mod Turbo Terps. Slash Mod. 22 Mafia. Slash Mod. Campaign Ruger. Loki für eine Sekunde war nur Nick Mod. Arschfit, Digga. So sieht einfach jeder aus in Düsseldorf. Das ist nicht mehr normal. Bro, das ist kein Kramans, Bro. Bitte zieh das aus. Das ist nicht Yid, das ist Noah. Hölle, nein. Hölle, doch. Fühl ich auch nicht. Perfekt. Du bist nicht Central Sea, Bro. Wir haben uns jetzt alle, 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 alle Outfits angeschaut.